Sony hat hier in Berlin auf der IFA, wie erwartet, den Nachfolger des Z3 Plus vorgestellt, das Z5. Und eine riesen Überraschung im Gepäck, nämlich den großen Bruder, das Z5 Premium. Wie man unschwer erkennen kann, größeres Display, 5,5 Zoll jetzt, statt 5,2 Zoll. Damit ist das Z5 genau wie der Vorgänger, auch die Auflösung Full HD und so weiter, also weitgehend identisch bis hin zum Design, alt vertraut. Kleiner Unterschied hier, aber feiner Unterschied, wie ich finde. Die Rückseite, zumindest bei dieser Variante hier, ist jetzt mattiert. Zum Vergleich nochmal, das ist ja sozusagen der Klassiker hier in Hochglanz. Jetzt natürlich schwer zu erkennen, schwarz auf schwarz, aber so geht es hoffentlich einigermaßen im Licht. Aber ihr kennt es ja wahrscheinlich alle. Das heißt, ich finde das ja persönlich sogar noch ein bisschen eleganter und netter und vor allen Dingen auch mal was anderes mit dieser mattierten Oberfläche. Aber das ist natürlich nur Designfrage. Technisch hat sich natürlich auch einiges geändert. Beispielsweise geht es schon mal los hier beim Premium. 4K-Auflösung. Tada, Weltpremiere dürfte das wohl sein. Meines Wissens nach zumindest das erste Smartphone, das ich jetzt zumindest auch definitiv in den Händen habe, mit 4K-Display hierzulande. Bedeutet 2160 mal 3480 Pixel. Sensationelle 800 ppi zum Vergleich. Hier sind wir bei 428. Also das ist natürlich enorm. Aber auf der anderen Seite, ihr seht das schon, hier beispielsweise bei den Schriften. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, sehe ich auf den ersten Blick, was für ein Unterschied. Muss man sich natürlich in der Praxis mal angucken. Das werden wir natürlich mit den finalen Kandidaten noch machen. Bildvergleich, was sieht man mit bloßem Auge. Aber Sony behauptet natürlich, dass das einen riesen Unterschied machen soll. Das kann natürlich sein. Aber wie gesagt, das müssen wir dann nochmal abwarten. Richtig geschraubt hat man außerdem an der Kamera. Die hat nämlich jetzt nicht nur 23 Megapixel statt 20,7 wie zuvor. Das heißt also nicht nur ein bisschen höhere Auflösung, sondern vor allen Dingen komplett neues Modul, general überholt. Erstens, neuer Sensor unten drunter, neue Software und vor allen Dingen ein neues Linsensystem inklusive teilweise optischer Bildstabilisierung. Der andere Teil, also auf einer Achse, der Z-Achse, der andere Teil soll digital gemacht werden. Und die Kombination soll laut Sony noch bessere Ergebnisse produzieren als Vergleichsgeräte, die nur einen optischen Stabilisator haben. Außerdem optimiert der Autofokus. Der soll jetzt super schnell scharf stellen, dank Phase Detection. Also nicht dieses klassische System, dass man verschiedene Stufen probiert mal aus, wie sind die Kontraste. Und das dauert halt einfach. Sondern einfach wirklich die Entfernung messen kann anhand bestimmter Pixel von diesen 23 Megapixeln. Sofort sagen kann, zweieinhalb Meter und wumm, in einem Schritt scharf stellt. Das soll angeblich in 0,03 Sekunden möglich sein. Auch das könnte vielleicht neuer Rekord sein. Also jedenfalls ultra schnell, da sind wir uns, glaube ich, einig. Was man auch noch wissen sollte, die komplette Z5-Serie hat auch neue Prozessoren unterm Deckel. Nämlich den Snapdragon 810. Macht jetzt keinen Unterschied im Vergleich zum Z3+. Da war ja auch schon der 810 drin, aber zum Z3 und Z3 Compact und so weiter. Vor allen Dingen muss man natürlich jetzt sagen, ob das die beste Wahl ist, das muss man im Test erstmal abwarten. Denn, ihr alle werdet ja wahrscheinlich gehört haben von diesen Problemen des 810, dass der heiß wird. Dann wird die Leistung reduziert. Akkulaufzeit beim Z3 Plus beispielsweise auch nicht so doll. Aber dafür hat es gerade ein Update gegeben, auch fürs Z3 Plus, gerade von Sony jetzt auch. Deswegen muss man einfach mal abwarten, wie sich das mit dem neuen Update und der neuen Software und dem neuen Prozessor und dem neuen Panel tatsächlich dann wirklich in der Praxis schlägt. Da kann man jetzt wirklich nichts dazu sagen. Ja, ansonsten ist es tatsächlich dann weiterhin staubdicht und wasserdicht. Was für eine Überraschung. Und zum Abschluss hier noch ein Wort zu dem neuen Ein-Aus-Tent bei Taster hier in der rechten Seite. Das ist nicht nur eine neue Optik, sondern dahinter verbirgt sich jetzt auch ein Fingerabdrucksensor. Bedeutet, ich habe das hier beim Z5 vorbereitet. Da muss man mal anfangen, ein paar Mal so, ich würde sagen 15, 20 Mal seinen Finger einlesen lassen. Und dann kann man anschließend das Gerät unter anderem damit entsperren. Also einmal kurz drücken, dann drauf fliegen lassen und dann, weiß nicht, halbe Sekunde, Sekunde ungefähr. Ich mache nochmal, drücken, drauf fliegen lassen. Ja, eher eine Sekunde würde ich jetzt mal schätzen. Das ist natürlich klasse, weil man hat Sicherheit und Komfort in einem. Angeblich soll man das Gerät jetzt nicht überlisten können mit anderen Fingern. Ich probiere es jetzt mal aus, hier mit dem, aber das ist jetzt komplett anders, erneut versuchen. Also so ganz easy wird es wahrscheinlich nicht gehen, aber ihr alle wisst, man kann diese Geräte austricksen. Das ist klar, da ist hier das System nicht anders als beim iPhone oder sonst wo. Aber trotzdem ist es besser als nichts, sagen wir mal, und sehr komfortabel auf jeden Fall. Ja, beide sollen verfügbar sein ab Ende September und dann auch zum Preis von 699 und 799 Euro. Und abschließend sage ich nochmal ein Wort zu den Akkus. Da kann man natürlich jetzt nur die Milliampere Stunden nennen, aber trotzdem, auch das sei jetzt nicht unterschlagen, 2900 hier an der Stelle beim Z5. Also sogar noch ein bisschen weniger als beim Z3 Plus, das hatte 2,39. Aber wie gesagt, neue Technik, kann man absolut noch keine Rückschlüsse draus ziehen. Das Einzige, was ich jetzt mal riskiere, ist hier beim Z5 Premium, weil der hat 3.700 Milliampere Stunden, gigantisch. Das sollte selbst für ein 5,5 Zoll Display in 4K und ein Snapdragon 810 locker reichen, dass wir da gut über den Tag kommen. Aber auch da, man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben, müssen wir den Test erstmal abwarten. Das wird auf jeden Fall hier bestimmt ein bisschen besser ausfallen als beim Kleinen. Auch das ist, glaube ich, klar. Ja, und damit hoffe ich, einen guten ersten Eindruck gegeben zu haben hier von der IFA in Berlin, vom Sony Xperia Z5 und Z5 Premium. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald. Vielen Dank.